Wer wie was? Immer öfter kommt Ihnen der Gedanke, dass Sie etwas ändern müssen. Denn Sie wissen nicht so genau, ob dieses etwas überhaupt noch zu Ihnen passt. Aber eines wissen Sie ganz genau. Wie Ihr neues Traumauto aussehen könnte. Nur die Wunschfinanzierung, die haben Sie noch nicht gefunden? Jetzt schon! Raiffeisen Leasing hat die perfekte Finanzierung für Sie. Richtig! Leasing! Aber ist das nicht kompliziert? Und an wen wenden Sie sich eigentlich, wenn Sie leasen möchten? Na ganz einfach! An Ihre Raiffeisen Bank! Mit unserem attraktiven Leasing-Angebot kommen Sie in nur 5 einfachen Schritten zu Ihrem Traumauto. Und übrigens! Wenn Sie Ihr Traumauto über die Raiffeisen Leasing finanzieren, sind beim Händler auch bessere Rabatte verhandelbar. Und so funktioniert's. Den ersten Schritt machen Sie. Sie holen ein Angebot für Ihr Wunschfahrzeug vom Kfz-Händler ein. Oder konfigurieren es im Internet. Anschließend kommen Sie damit in Ihre Raiffeisen Bank. Oder Sie schicken es einfach per E-Mail an das Vertriebsservice-Center der Raiffeisen Leasing. Nach kurzer Bearbeitungszeit erhalten Sie ein Offert für Ihre Leasing-Finanzierung. Wenn Sie das Angebot annehmen, steht nach einer Bonitätsprüfung auch schon die Unterzeichnung des Vertrages an. Und dann? Lehnen Sie sich zurück! Wir schicken für Sie die Finanzierungszusage an den Kfz-Händler und leiten alles in die Wege. Das war's auch schon. Jetzt heißt es, Traumauto beim Händler abholen und damit nach Hause fahren. Oder wohin Sie auch wollen. Sehen Sie? Leasing bei Raiffeisen. Einfacher geht's nicht. Also, träumen Sie nicht länger von Ihrem neuen Auto. Holen Sie es sich! Mehr Informationen unter raiffeisen-leasing.at